das wird wieder eine großartige runde ich habe sie nur ich auch ja das war letzt mal die letzten runden waren wirklich gut also da war ich richtig begeistert ja diesmal haben wir bestimmt auch glück nach weil das kein glück das können genau ich kann mir schon vorstellen dass man so nach gewissen erfahrungen oder so scheiße hast du messer ja 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 sehr gut hast du auch ein messer mit nee leider nicht ich habe wieder an alles gedacht nur nicht an das messer ich möchte den anderen da auch noch wenn er schon mal da ist ja genau so hinweis aufgelöst auch sehr gut ich hatte keine ausdauer mehr ich habe ganz vergessen dass man dafür ausdauer braucht ja so haben wir haben wir wollen wir nicht so lang ich weiß nicht wir können nur noch dazu nächstes also schräg rüber nach norden ach ich habe es übrigens versucht mal so ein alleine zu spielen weiter das war ja mega krampf also ich bin nicht weit gekommen soll ich dir also am anfang zwar ja alles klar wird funktioniert und schuldigung das war ich auf die hunde geschossen da die sind so schwer die gehen ein richtig um sagt ja auf jeden fall am anfang ging es so als gezockt habe und dann bin ich halt ja ich versuche doch wie man entgegner platz zu machen oder so das hat alles nicht hingehauen also das war eine riesenkatastrophe ja ich weiß gar nicht ob eins alleine so entgegner da so ein gegner platt machen sinn macht erwarten und dann die gegenspieler oder so auf die ich getroffen bin die habe ich auch gleich platt gemacht also keine chance das macht schon freude ja da kam motivation auf ich glaube wir haben den endgegner schon gefunden müsste hier drin sein sehr gut nur mal nachladen bevor wir reingehen genau ja manchmal geht es echt schnell also hier gibt es Munition die nehmen wir doch mal mit warum die tür benutzen da ist das vielleicht doch nicht der endgegner aber ich glaube schon hier gibt es noch mehr Munition doch ach ne hier draußen ist ne Mutti ne Mutti ist ja auch schon wie so ein endgegner auf jeden fall ist der denn hier irgendwo ne 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 aber ich sehe auch dieses ding was man also den hinweis mal auf den turm hoch aber müsste eigentlich hier irgendwo sein weil wir so ein zeichen gekriegt hatten ich glaube auf mich wurde geschossen scheiße und zwar genau hinter mir ich bin jetzt keller reingeflüchtet ich komme mal raus und hoffe dass der nicht auf mich hüpft ich sehe ich habe ihn einmal angeschossen ich habe ihn auch gesehen der hat mich sogar getötet scheiße ein schuss nicht schlecht ok sind es zwei nämlich mit so einem scheiß revolver erledigt ja und du brennst die schweine ja genau der hat mich erledigt alter der kann aber gut ziehen ja das habe ich mir auch gedacht so ein blöder sack ey oh rechts in der tür stand der imd ja wusste nicht wo ja er war rechts in der tür so scheiße so ein sack guck mal ich brenne immer noch schweine schweine schweine